Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Gutwetterfabrik. Dieses Mal möchten wir über das Trekkingrad KS Cycling sprechen. Hierzu haben wir diverse externe Daten analysiert und Expertenmeinungen ausgewertet. Die Vor- und Nachteile sowie alle wichtigen Infos erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Wie immer haben wir für euch das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung rein, um alle Infos zu diesem Thema zu bekommen. Dort gibt es auch gleich den günstigsten Preis, den wir für euch gefunden haben. Es lohnt sich also reinzuschauen. Egal ob man bequem durch die Stadt fahren möchte oder längere Touren plant, das 28 Zoll Trekkingrad Vegas von KS Cycling ist für beides sehr gut geeignet. Das Fahrrad gibt es in zwei Varianten, einmal als Damen- und als Herrenmodell. Bei beiden Varianten besteht das Rahmenmaterial aus Aluminium und das Gesamtgewicht beträgt ca. 19 kg. Das Herrenrad hat einen schwarzen Rahmen mit eleganten weißen Details. Dank der Kettenschaltung mit 21 Gängen sind Steigungen kein Problem und die flexible Federgabel macht Unebenheiten auf der Strecke fast nicht mehr zu spüren. Das Damenrad hat einen weißen Rahmen, der mit einer schwarzen Zoom-Federgabel kombiniert ist und dadurch besonders edel wirkt. Ansonsten sind die restlichen Features im Vergleich zum Herrenrad identisch. Schaut am besten in unsere Videobeschreibung rein, denn dort haben wir mehr Infos für euch zusammengestellt. Als kleiner Nachteil wird von manchen Kunden die Montage des Fahrrads empfunden. Hierbei kann es wohl etwas Geschick und Zeit erfordern, um das Rad vollständig aufzubauen. Außerdem wird das Trekkingrad manchmal als etwas schwer bewertet, weshalb dieses Modell eher für die Stadtfahrt sowie für ebene Strecken empfohlen wird. Auf der anderen Seite wird als Vorteil die gute Qualität und Stabilität des Modells von vielen Käufern gelobt. Die Fahrräder werden zu 85% vormontiert geliefert. Allerdings rät der Hersteller dazu, dass eine fahrfertige Endmontage von einer fachkundigen Person ausgeführt werden sollte. Ich hoffe, wir konnten euch die Funktionen des Trekkingrads KS Cycling näher bringen. Schaut gleich in unsere Videobeschreibung rein, denn dort findet ihr mehr Infos und die Links zu diesem Produkt. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video auf Gutwetterfabrik!